Musik Los, wocha aus, wocha aus, wocha aus, wocha aus Los, wocha aus Also macht es dir nichts, wenn ich dich Freitag und Samstag nerve Ähm, hallo, ein Tag langt eigentlich, was geht bei Jörg? Zwei Tage Bitte nicht Okay, übertreib mal nicht, Jan Jan, 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 Jan Back Ja gut, also, du musst jetzt wieder willkommen machen Herzlich willkommen bei Karpow Los, wocha aus Ja, heute Los, wocha aus, killduell aus Von die Haselwurstos Wer gewinnt die Haselwurstos? Haselwurstos von Ceodostos Alter, was geht Übertreib doch Erste Runde konnte der Chief durch Lack gewinnen und es geht direkt los Freigas, zweite Runde Scrapiel, Remake, Ghost Ich bin froh, ich bin fast Das ist bocha aus Easy aufgestiegen und erstmal zwei Leute gerammelt Geale Naja, guck, dann dreht er sich um der Bastard mach doch nicht das ist auch schon top das rumgeknife alter kack mich auf den Kopf ey warum ist denn diese Bälke nicht? ey alter wieso? JA JUGA ALTER FICK DICH alter was war denn das fürn Scheiß? ey alter das geht aber gar nicht klar lol ich treff den nicht geht das nicht geht das nicht ja warum nehm ich sie überhaupt ein? es ist ein verficktes Kill-Duell ja man nimmt euch ein man ey komm her alter ich scheiß euch allen in die Fresse was geht denn ab? wo alle hier ist volle alle alle ey bin ich gestorben? ach zu mich jetzt hab ich gedacht mich hat ein Dinger schlagen irgendwas alter mein Aiming am Anno ey der geht immer mit Aiming auf den falschen ey das ist unfair ungerecht und unfair ja der sitzt doch mal ne ey den müsste man so kräftig auf den Kopf hauen alter ne wenn ihr da jetzt immer noch sitzt ne ne der sitzt in der anderen Ecke schön schön das ist mein Held so muss das so muss das so muss das da hin so muss das da hin ich laufe jetzt wieder hin und ich wegtrete jetzt bitte mich wieder der Feind hat A alter bleib geht bei dir ab? ich lauf hier rum machste nicht machste nicht ich hab acht Schüsse in meiner scheiße machste nicht warum verliere ich das? schreckt Duell man hab first shot alter machste nicht ein Abschluss noch alter da hab ich meinen besteuerten Scheißhaufen was hast du dann? ja man Helikopterpilot na halt zum Maul alter ich hab grad Adrenalin ohne Ende Junge wir müssen stetsen 20-13 nom 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 halt zum Maul was geht mit dir ab alter wir verlieren Charlie chief camp alter ich camp nicht Junge ich wasche hier meinen Arsch rund A wird gesichert machste nicht Alpha wird gesichert wir verlieren Charlie verlieren wir nicht Achtung zeitliche Vorräte wow jetzt treffe ich wieder nichts mehr ok Zeit für ein Heli der Feind hat A verbündeter Helikopterpilot aktiv hallo B gesichert geht nicht ab man wo sind sie wo sind sie ich seh keinen alter mein Helikopter macht nix geht bei meinem Helikopter ab ey ey hopp ey die kommen dann nicht raus der war ja voll für den Arsch man komm her komm her Junge du darfst dich abschießen jetzt du auch dann du komm her komm komm wie fläst du aus du auch noch komm komm her ja wo sei da shit man der Helikopter war jetzt mal auf den Arsch aah boah alter ja gut es ist noch nicht mal die Hälfte rum weißt du das ist noch es ist noch ja da geht noch was und ich hab grad eben schon echt wir verlieren Charlie aber bei mir ist grad irgendwie die Connection gut glaube ich Bitte? Connection ist grad gut ja ist mir gute Runde du Hund boah hör ich auf zu schießen du Pferde ey Chaser ist gesichert warum neigt der nicht Charlie gesichert feindliche Satcom gesichtet wo sind sie wo sind sie die Spasten die Spasten die sind in der Feuerbasis nehmen sie 8 Euro ja da rum verbündete Satcom aktiv verbündete Satcom aktiv verbündete Satcom aktiv C wird gesichert WTW ich brauch Muni wir verlieren A ok jetzt brauch ich auf jeden Fall Muni wir haben A ok ich messer den nein ich messer den nicht haha Fick die push feindliche Satcom gesichtet feindliche Oracle ja der sprayt einfach weil er Schiss hatte weil er Schiss hatte was für ein knirig bravo wird gesichert ja jetzt krieg ich nichts mehr hin ne ich auch nicht dammther ihr Wichser ey ihr Wichser ihr Wichser Alter ich hasse das wenn ich schon so gepre-aimt da rumlatschen ey wie so Bastarde Alter die Runde ne wie sie lacken die mal wie sie immer lacken die scheißdreckigen Kanacken voll der Rapper ich merke schon ich wills besser Rhyme Rhyme im Monster Rhyme im Monster Rhyme im Monster steht einer von mir da nebendran alter wir verlieren Bravo wir haben Bravo verloren ja ist klar ey Junge warum spiele die so warum spiele die so ey das läuft grad überhaupt nicht ey das sind solche kneligköpfe ich schwör's dir ja wenn jetzt immer noch da rum mit einem Schild putz hier entgegen halt blöd B wird gesichert wir verlieren A wir haben A verloren B gesichert jetzt steht er da alter ja unglaublich ich bleib hier draußen ey oh mein Gott alter ey war da schon wieder einer in der Ecke geguckt oder hab ich Halluzinationen ich weiß nicht ey Junge ey komm was warum warum spielen die so alter ich versteh das nicht was ist mit denen falsch gelaufen alter wir haben A verloren jetzt krieg ich gar nichts mehr hin alter jawohl wie viele wie 11 krieg ich auch nicht so viel hin alter ah lol jetzt lag's voll lag's bei dir auch ja voll alter jetzt sag mal echt ja guck mal wie du volle Vorteile hast easy Vorteil ich hab keine Ahnung läuft halt normal C wird gesichert Satcom Verbindung aktiv wir haben die Satcom zerstört hatte ich grad nen Hund gebissen? C wird gesichert ah ne war meiner wahrscheinlich easy Hund gebissen C wird gesichert hehehe ach man alter C wird gesichert ich mach jetzt paar Kills du scheiße wir verlieren Alpha wir haben A verloren wir liegen in Führung wir verlieren Charlie feindliche Oracle vorsicht wir verlieren Charlie wir wollen mein Hund dreht durch A gesichert wir verlieren sie komm Hundi wir gewinnen diesen Kampf wir haben Charlie verloren oh mein Gott bündete Satcom aktiv aber gesichert wir verlieren Alpha Alter das wird knapp ne wir haben alle verloren ich glaub ich schaff nicht echt? der Feind hat Alpha boah shit das hast n du Satcom bereit nein Mann geht bei dir ab nein guck mal da kommt um die Ecke und ich bin sofort down alter tötet ihn doch da endlich also ja bei mir war es nur ein kleiner Klapps aufm Arsch ne was nicht komm geht down spawn hier komm spawn hier wir verlieren Sie Alpha gesichert C wir haben Charlie verloren der Feind hat Sie Mann ey wenn ich jetzt noch verliere scheiße ich ins Gesicht von jedem einzelnen Gegenspieler komm Alter nein der liegt da der Feind hat Alpha ja liegt da ja da ist er der wo da gelegen war Charlie wird gesichert ich bin so dumm 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 unglaublich komm oder ja ich glaub ich hab gewonnen Wir verlieren Bravo, wir verlieren Bravo, komm man, unentschieden, unentschieden, HALS MAUN, oh shit, oh shit, ich freu mich schon, echt unentschieden, ich hab grad eben noch 2 Colt auf einmal, alter, was ist hart jetzt, What the fuck, alter, nein, ja gut, letztes Entscheidungsrunde, oder, hä, warum unentschieden, das zählt net, klar, wie, jetzt ist Entscheidungsrunde, ich hab einmal gewonnen, einmal unentschieden, ja, ich hab so aufgeholt, das zählt im Wind für mich, man, ja gut, aber nur ausnahmsweise, alter, shit, ja gut, dann, Sehen wir uns, beim Finale wieder, hätte ich gesagt, ja gut, ich hab auch den Helikopter, Finale machen wir in Seven Nation, oder? Ja, können wir, hast du, ähm,